So, weiter geht's heute mit Let's Play, Assassin's Creed Odyssey und tolle Befehle. So, warte mal, wir müssen mal schauen, wo er sich befindet. Ach, hier unten. Okay, da müssen wir hin. Oh Gott, das baut, klingend hier das Tier erledigen. Ach, das war... Hä, was haben wir denn für ein Tier da erledigt? Ach, bestimmt irgendeins. Bestimmt, wo war die Töchter der Atemis oder wie die heißt, die Quest? Ich habe aber gesagt, so genau weiß ich es nicht mehr. Das ist schon sehr lange her. So, rufen wir mal die Atemis. Tja, dann haben wir aber quasi jetzt schon wieder die Hälfte des Weges gespart. So, wir haben eine Aufgabe, töten und töten den Geschäftsführer. Ja gut, so mega weit ist es nicht. Ich nicht, aber gut. Da oben ist bestimmt der... Ja genau, der oben auf dem Aß ist der... Da ist der... Perfekt. Der hat auch gar nichts Ding dabei. Kapitän, hat es Neuer verlassen? Ja, ich glaube, wir haben uns... Kapitän, der Barbarat. Ja, ich glaube, ich habe ein paar Leute um sich rum, oder kann das sein? Ist das gerade richtig, dass da Minimum drei Leute stehen? Oder sehe ich das gerade falsch? Naja... Hier sind fünf... Also insgesamt vier Leute, aber das ist ja Schiffsführer. Naja, das gehen wir schon. Naja, das ist ja der letzte Warnung. Erledigt. Ach nee, das war ein Kumpel von dem. Das ist ja der erste Warnung. hast du nur mehr naja das war schon die geschichte mit der tollen befehlen haben wir noch irgendwas was war joden ist immer alles wird man schaut aber geblündert damit haben wir das lager vom schiffswrack beendet quasi brennt aber hier sind noch steine mit dem eisenburken gut reiz wie gesagt nichts besonderes das haben wir auch relativ schnell oder ist noch ein feind da habe ich gar nicht gesehen damals nicht mitbekommen dass ich gerade ein schiff gemächtet habe oder bis hier ja das was hier nur zwei und das ist jetzt sie kriegen das ist spartanische tapfer kalt doch kommt befreit endlich bin ich wieder frei dank dir allein erledigt sie haben was wichtig ist wie so aus gut die nächste kürz auf dich auf die schnelle naja kehrer zu die johann zurück wir machen das noch nix ich habe noch habe ich noch was jetzt gesehen und damit dass sie jetzt gerade so schnell also das ist wahrscheinlich eine der kiss die reisen da hoch und dann machen wir feierabend heute so feierabend wir sehen uns wieder morgen um 12 bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal